Axel Foley ist wieder da. Na, was führt sie denn nach Kalifornien, Axel? Ich suche nach einem Killer. Und eine Spur fährt nach Wonderworld. Danke Ihnen. Und ich Ihnen erst. Rufus Ravage spielt also wirklich verrückt. Sie stolpern hier zwischen ermittelnden FBI-Beamten herum. Ich will ihm nicht begegnen. Und ich will nicht, dass er das Gelände betritt. Wir haben hier einen Verrückten. Gut festhalten. Mich aufmessen. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie diesen Charm sofort verhaften. Tüffen wir, Sie brauchen einen. Du musst dich sofort stellen, Mann. Riecht ihn auf. No, no, no! Eddie Murphy. Beverly Hills Corp 3.